Wir sind in Mascat Express Hotel in Mascat und das ist jetzt das vegane Frühstück. Also die haben extra für uns ein Gemüse gemacht, gegründet Gemüse mit gegürnter Tomate. Dann gab es Mutabal, also so Auberginenpaste mit Tajina, ist ja vegan. Dann hat er gerade jetzt der Kellner Cappuccino mit Sojamilk gebracht, die haben extra für uns pflanzliche Milch besorgt, wie gesagt Hummus mit der Mutabal, da gibt es Bohnen in der Maffensauce, dazu Potatoes, Veggies, es gibt auch Butter, aber um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, ob das vegan ist, da steht Meat with Vegetable Oil, Lurparagbata with Vegetable Oil, ihr habt null Ahnung? Ja, deswegen habe ich mir vegane Butter mitgenommen aus Österreich und es gab kein Problem auf das wurde akzeptiert, aber wir genießen dem veganen Frühstück in Mascat in Oman, meine Empfehlung.